Der Personaleingang ist da drüben, nebenan. Ich habe eine Anzeige aufgegeben, um einen Hausangestellten zu finden. Voll klasse, richtig krass britisch. Ich bin krass britisch. Das wird nicht einfach. Wer weiß, was der Weihnachtsmann uns bringt. Ich habe ein Netz gesucht. Und ich bin der Papst und Miss France gleichzeitig. Sie sind nicht Miss France. Wissen Sie, Monsieur Stake, ich bin froh, dass ich hier nicht mehr der einzige Mann bin. Die Damen sind sehr speziell. Madame empfängt vor allem in diesem Salon. Ich meine, als sie noch Besuch empfing. Es kommt niemand mehr. Man darf nie die Hoffnung verlieren, auch wenn man nicht mehr dran glaubt. Rechu, na, was sagst du dazu, Kata? Sie tun alles, um sich aus dem Weg zu gehen. Was ist passiert zwischen Odile und Ihnen? Waren Sie irgendwann schon mal schwanger? Nun, ich gebe zu, kürzlich eher nicht. Glauben Sie, er kommt zurück? Was für eine Art Butler sind Sie, Monsieur Blake. Ich habe Sie belogen. Madame! Madame! Wissen Sie eigentlich, warum ich hier bin, Madame Bouvillet? Ich suche Sie überall. Eine Frau, die ich sehr bewundere, hat irgendwann mal zu mir gesagt, dass man immer die Hoffnung behalten muss. Selbst wenn man nicht mehr dran glaubt. Wenn du redest, dann enthaare ich dich. Okay? Okay. Ich suche Sie. Ich suche Sie, ich wie sie mir war. Ich suche Sie, ich sehr. Ich suche Sie, ich weiß nicht. Ich suche Sie, ich sehr. Du bist das. Ich suche Sie. Ich suche Sie, dein fitness und健全f6-1. Du bist das.